Das ist Europa. Europa ist ein Haus. Ein großes Haus. In diesem Haus wohnen die unterschiedlichsten Menschen. Diese Menschen haben alle eigene Vorstellungen von Arbeit, Freizeit, Erziehung, Kunst und Politik. Das Problem ist der große Informationsberg, in dem die wichtigen Informationen für einzelne Bürger oder Regionen untergehen. Auch scheinen die Probleme der Bürger die EU nicht zu erreichen. Was fehlt, ist eine direkte Verbindung vom Parlament zu den Gemeinden. Wir haben die Lösung. Die EUle. Die EUle soll die super tollen Lösungen der EU filtern und in den betroffenen Regionen verbreiten. So erfahren die Leute endlich, dass in der EU auch für sie gearbeitet wird. Das Europäische Parlament trifft viele wichtige Entscheidungen, die unser Leben ausmachen. Wie zum Beispiel, das Reisen in Europa ist heute sehr einfach. Zwischen den einzelnen Staaten gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Ihr habt euch einen idealen Zeitpunkt ausgesucht für diesen Wettbewerb. Besser geht es nicht. Gerade heute findet der Migrationsgipfel der EU statt. Am Wochenende übernimmt Österreich die EU-Präsidentschaft. Mit großem Siegerapplaus, bitte, einmacht. Wir lassen uns das mit den Wettbewerb. Und den Wettbewerb. Hättet ihr euch gedacht, dass ihr gewinnt? Nein, also am Anfang nicht, aber jetzt am Schluss haben wir die besten Videos da gesehen. Da haben wir schon gewusst. Uns ist es eigentlich genauso gut. Und jetzt haben wir natürlich gehofft, dass wir da den ersten Platz erringen. Natürlich gefällt mir es immer wieder, wenn man gewinnt, aber es war eigentlich, wir haben Spaß gehabt und das war eigentlich die Hauptsache dabei. Also Ende gut, EU gut.